In der heutigen Ausgabe von Transfer Time soll es insbesondere um zwei Transfers gehen, die gestern geschehen sind und nochmal um ein paar Gerüchte. Und zwar soll es erstmal um Niklas Füllkrug gehen, der ist ja jetzt, also er wechselt zur kommenden Saison von Hannover 96 zu Werder Bremen. Die Ablösesumme soll dem Vernehmen nach bei 6 Millionen Euro liegen. Und meiner Meinung nach verstärkt sich Bremen mit Füllkrug echt gut, der hat noch, meiner Meinung nach, auch noch Luft nach oben und ich denke mal, das ist wirklich für 6 Millionen ein richtig guter Transfer. Des Weiteren hatte der VfL Wolfsburg Kevin Mbabu von den Young Boys, Bernd verpflichtet, für etwas unter 10 Millionen Euro. Meiner Meinung nach ein richtig guter Rechtsverteidiger, mit dem verstärkt sich Wolfsburg allemal auf der Position, gerade auf der Position sind ja nicht immer so viele Gute zu haben. Und ich denke mal, mit dem Transfer hat sich Wolfsburg richtig, richtig gut verstärkt. Das finde ich, schreibt mal eure Meinung zu den beiden Transfers unten in die Kommentare. Das soll es auch wieder gewesen sein. Heute werden mal ausnahmsweise keine Gerüchte behandelt, dafür in der nächsten Folge wieder.